Morgen, Kinder, wird's was geben. Einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Halleluja! Halleluja! Ich verkünde euch eine große Freude. Morgen wird uns der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Halleluja! Weihnachten feiern wir am 24. und 25. Aber Gott, der Herr, ist jeden Tag bei euch. Jeden Tag bei uns. Wäre uns der Himmel immer so nah, fänden viele sicher die Kraft, wieder zu hoffen. Wäre uns der Himmel immer so nah, könnte jeden Tag Weihnachten sein.